Hallo Leute, ich bin's mal wieder. Diesmal geht's weiter mit Vererbung und so'n Kram und ich möchte euch jetzt was ganz Komplexes zeigen und zwar die Interfaces und abstrakte Klassen, wenn mir die Zeit dazu noch reicht. Jetzt, was sind Interfaces? Nun, Interfaces sind sozusagen Klassen, die an und für sich keine richtigen Klassen sind. Was, bitte? Ja, ich weiß, es ist komisch. Ich zeige es euch Schritt für Schritt und zwar gehen wir hier erstmal auf Default Package und erstellen uns ein neues Interface. So, und das nennen wir jetzt Lebewesen. Lebewesen, auch eine Idee. So, jetzt habe ich hier ein Public Interface Lebewesen. So, und jetzt kann ich das benutzen, indem ich zum Beispiel sage, okay, jedes Lebewesen, ähm, was tut jedes Lebewesen? Es, ähm, im Public Void atme. So, und jetzt ganz komisch, warum, das ist doch eine Methode. Nun, warum tue ich hier keine geschweiften Klammern auf und zumachen und fülle da irgendwas rein? In einem Interface habt ihr keine Variablen und ihr habt nur Methoden, die nichts tun. Das heißt, ein Interface tut an und für sich gar nichts. Es gibt euch nur eine Schnittstelle vor, denn mein Tier und zum Beispiel mein Fisch, der jetzt nicht unbedingt atmet, aber belassen wir es dabei. Ähm, wenn ich jetzt hier noch einen Fisch erstelle, auch wenn Fische Tiere sind, ähm, dann braucht der Fisch, ich kann es ja gerade mal machen, neue Klasse, Fisch. So, und mein Tier implements Lebewesen. So, und jetzt habe ich hier gesagt, okay, jedes Tier ist ein Lebewesen. Gut, das heißt aber auch für das Tier, dass es jede Methode haben muss, die das Lebewesen auch hat. Das heißt, ich muss hier meine nicht implementierten Methoden auch implementieren. Implementieren heißt so viel wie einfach Text reinschreiben oder halt Anweisungen reinschreiben. Ähm, so, das heißt, ich muss meinem Tier jetzt sagen, was es zu tun hat, sobald es die Methode Atme aufruft. Ähm, und zwar, es soll einfach Sysout Schnauf. So, die Methode kann ich jetzt natürlich in meinem Hund, wie wir in dem letzten Video schon gelernt haben, ähm, natürlich einfach überschreiben. Sysout, äh, Public Void Atme. Da können natürlich auch Parameter reinkommen, etc., und es muss nicht unbedingt eine Void sein. Ah, Void habe ich euch vielleicht noch gar nicht erklärt. Ähm, Voids ist einfach nichts. Da kommt einfach nichts zurück, das heißt, man braucht keinen Return drin. Das ist aber, ja, eigentlich relativ leicht zu verstehen. Vor allem, wenn man ein bisschen Englisch kann. Dann, ähm, macht der Hund nicht unbedingt Schnauf, sondern Hechel. So, und jetzt kann ich natürlich hier wieder mein, ähm, mein Hello World aufrufen, auch wenn es kein Hello World mehr ist. Und kann sagen, mein Tier soll gefälligst atmen. Achso, ja, natürlich, das ist ja kein String. Ups, das habe ich ja ganz anders gemacht. Ähm, t.atme. So. Ähm, das hier. Das ist unser Void gewesen. So. Unser Hund hechelt also. Das ist auch wieder eine Methode, die ich hier überschrieben habe. Wenn ich jetzt hier nicht wisse, dass es ein Hund ist, sondern einfach nur, dass es ein Tier ist, dann müsste ich vorsichtig sein, weil ich hier rumgecastet habe und es nicht rausgelöscht habe. Das ist dieser Fehler, vor dem ich euch gewarnt habe. Wenn ihr nicht sicher seid, was es ist, dann, äh, macht's nicht. So. Jetzt ist es einfach nur noch ein Tier und ein Tier schnauft einfach nur. So. Ähm, aber unser Fisch, der wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt schnaufen, er wird auch nicht hecheln, aber er ist trotzdem ein Lebewesen. Das heißt, wir müssen hier trotzdem implementieren. Implements Lebewesen. Und ich kriege wieder denselben Fehler, der mich darauf hinweist, ich soll gefälligst meinem Fisch die Funktion geben, dass er atmen kann. Gut. Ähm, was soll ein Fisch machen, wenn er atmet? Nun ja, sagen wir, er blubbt vor sich hin. Blub. So. Und jetzt kann ich hier mir zum Beispiel ein Fisch erstellen. Ne, ich kann mir einfach direkt ein Lebewesen erstellen. Lebewesen L gleich New Lebewesen und dann se... Okay, das war nicht so geplant. Schlaues Eclipse. Verdammt, ich wollte euch eigentlich zeigen, dass es nicht funktioniert. Lebewesen. Semikolon. Lebewesen kennt er nicht, ich hab's heute irgendwie. Ähm, so. So, jetzt kann man ja sehen, ein Lebewesen kann nicht instanziiert werden. Denn ein Lebewesen hat zwar die Funktion, dass es atmet. Aber, ich hab hier nirgendwo reingeschrieben, was passieren soll, wenn es atmet. Also, was lernen wir daraus? Interfaces kann man nicht instanziieren. Aber, was ich machen kann, ich kann hier sagen, ich erstelle mir ein neues Lebewesen vom Typ Fisch. So, das könnte natürlich jetzt auch ein Tier sein oder auch ein Hund. Ein Hund ist ja auch ein Lebewesen. Der hat ja auch die Funktion atmen. Hätte ich sie nicht hier implementiert, wäre es die Funktion von Tier, die hat es ja geerbt. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen, wenn nicht, schreibt es bitte. Ähm, so. Jetzt erstelle ich mir hier ein Lebewesen L. Und dieses Lebewesen kann atmen. So. Das Schnaufen kommt von dem Tier hier oben, das Blubben kommt von dem hier. Und das ist quasi dieselbe Methode, nur eben von einer anderen Klasse implementiert. Und deswegen macht sie was anderes. So, und ich glaube, ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Ich kann mir hier einfach... Was ist denn heute los mit meiner Rechtschreibung? Ich kann mir hier einfach ein Array erstellen aus Lebewesen. Und kann... New Hello World, wirklich. Ähm... Und kann zum Beispiel... Mehrere Lebewesen reinmachen. Ähm... Epsala. Ähm... Zum Beispiel... New Fish. Und zwar 10 Stück. Das heißt, ich habe jetzt 10 Fische hier rumfahren. Und kann... Äh... I gleich 0 bis 10, da ich ja insgesamt 10 Fische habe. So. Und jetzt kann ich mir hier meinen Fisch atmen lassen. Und zwar immer genau den Fisch an der Stelle I. Denn es sind ja alles Lebewesen. Alle Fische. Und ich kriege einen Null Pointer. Warum kriege ich einen Null Pointer? Weil ich die Fische nicht initialisiert habe. So schlau wie ich bin. Ähm... Natürlich. Ich brauche hier erstmal natürlich... Ähm... Ls an der Stelle I. Muss jedes Mal ein neuer Fisch werden. Ich dachte, das hätte ich schon gemacht gehabt. Äh... Es ist zu spät. Okay. Also. Ich erstelle mir jedes Mal an meiner Lebewesenstelle... Äh... An meiner I. Stelle meiner Lebewesen einen neuen Fisch. Und das genau diesen Fisch dann atmen. Und die bluppen hier so alle herrlich vor sich hin. Außer ich sage jetzt... Ähm... An der Stelle... Ich kopiere das gerade mal. Ähm... Hier. Machen wir das Atmen raus. Und hier erstellen wir keinen neuen Fische mehr. Weil das haben wir ja schon. So. Und jetzt zum Beispiel an der Stelle 5. Erstellen wir uns einen neuen Hund. Und an der Stelle 4. Erstellen wir uns ein neues Tier. Und dann lassen wir sie trotzdem alle mal durchatmen. Achso. Und hier oben habe ich natürlich Fische erstellt. Das sollte natürlich nicht so sein. Das sind ja nur Lebewesen. Ähm... Ähm... Ja, da muss man immer aufpassen. Ihr seht, da kommt man leicht durcheinander. Was jetzt was ist. Ähm... Ja. Ich sage hier... Ich habe 10 Lebewesen. Und ich erstelle mir erst mal auf jedes drauf einen neuen Fisch. Ähm... Wie ihr wisst, Fische blubben, wenn sie atmen. Und Tiere schnaufen und Hunde hecheln. So. Und jetzt habe ich quasi 10 Fische hier. Aber dann komme ich und sage, hm... Ich bin böse. Mein fünftes Tier. Ähm... Beziehungsweise genau genommen mein sechstes. Ist ein Hund. Und mein fünftes ist ein Tier. Einfach irgendeins. So. Und dann kann ich trotzdem überall meine Lebewesen atmen lassen. So. Und wenn dann eben meine Vorschleife hier durchläuft, dann wird für jedes Lebewesen die passende Methode aufgerufen. Nämlich die Fische blubben und die Hunde hecheln. Beziehungsweise der eine Hund hier, der hechelt. Und, ähm... Das Tier schnauft. So. Und wenn ich dann eben hier noch ganz andere Sachen mit den Tieren mache. Zum Beispiel ihnen die Anzahl der Augen ändere. Dann kann ich da natürlich auch drauf zugreifen. Und ja. Also ihr seht, da wird man richtig flexibel. Und kann sich eine komplette Hunderasse, beziehungsweise verschiedene Tiere erstellen lassen. Die dann verschiedene Funktionen haben. So. Das wäre es auch schon wieder dazu. Ähm... Abstrakte Klassen mache ich jetzt nicht mehr. Die kommen dann das nächste Mal dran. Also ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, natürlich wie immer in die Kommentare. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.